so hallo und herzlich willkommen hier wieder auf meinem kanal hier ist euer stürme und heute gibt es das vierzehnte türchen des adventskalenders ja das vierzehnte türchen haben wir heute und dann noch zehn türchen und dann haben wir heiligabend und ja dann ist leider der adventskalender leer und die reihe ist dann hier für dieses jahr beendet 14 türchen haben wir hier so über mir ihr habt gesehen ich habe hier wieder neu gestaltet hier rundherum weil es doch schöner so weil das andere war mir so nackig so ich bin gespannt was wir hier drin haben komm raus alter er will nicht kommt ja so wir haben hier felskrone pilzen würzig und frisch wo steht hier irgendwie was da steht ja gar nichts doch hier 4,8 prozent wo kommt es denn überhaupt her felskrone keine ahnung ok dann sage ich mal ich öffne es mal und dann schauen wir mal wie das schmeckt oder probieren ist wie es schmeckt nicht schauen kann man es ja nicht so dann machen wir mal die probe hier brust leute naja das schmeckt wie so aus dem aus dem lidl oder aus dem was weiß ich wo aus dem laden billigbier ach nee also der kalender ich weiß nicht ist nicht so mein fall ein paar biere waren echt super da kann man nichts sagen also auf jeden fall hier tisch nummer acht das war natürlich bitburger das war natürlich das beste ja morgen ist türchen nummer 15 dran morgen ist der dritte advent dann würde ich mal sagen wir sehen uns am morgen habt noch einen schönen tag und auf wiedersehen